Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Jetzt ein Tollbier, das macht und ein Tor, ein Tor, ein Tor! Ja, da ist hier die gute alte Leistungsgesellschaft und die Leistung des Torhüters ist einfach, darf ich mal ganz deutlich so auf den Punkt bringen. Und ich weiß auch nicht, ob er aus diesem Loch, dass er sich da gegraben hat, heute noch rauskommt. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen.